Bitts Lippfife, Bitts Lippfife Ah, ooh, ah, okay, come on. Oh, oh, meine Stimme ist noch sehr tief. Feelgood Podcast. Solo-Folge vom, was ist heute? Der 26. Januar. 2021, 2022. Shit, mache da nicht mal einen Fehler. Ach Gott, ich mache das so oft. Beim Schreiben, beim Sagen. Manchmal sage ich sogar noch 2020. Hat sich ja noch nicht geändert, weil. Seitdem, warum sollte man dann irgendwie, weiss auch nicht. Aber ich sage anscheinend noch ab und zu 2021. Als Kind, da habe ich immer, wenn ein Jahr gewesen ist, habe ich einen Zettel genommen, aber wirklich. Also um 1.12 Uhr, weil ich ja keine Freunde hatte. Am 1.12 Uhr habe ich einen Zettel Papier genommen. Und da habe ich einfach das neue Jahr die ganze Zeit aufgeschrieben. Die ganze Zeit. Vielleicht hatte ich wegen so Sachen keine Freunde gehabt. Auf jeden Fall, es ist der 26. Es ist Mittwoch. Und ich nehme da ein bisschen anders auf als sonst. Und zwar, vielleicht hören Sie das an meiner Stimme, die noch recht tief ist. Und wahrscheinlich auch noch nicht so eine saubere Bühnenaussprache. Noch nicht so gepflegt, weil es ist frühe. Also für mein Verhältnis, muss ich immer dazu sagen. Für mein Verhältnis frühe. Es ist jetzt knapp nach den 10 Uhr am Morgen. Und ich bin vielleicht so eine halbe Stunde. Ja, nicht einmal. Na doch. Knapp eine halbe Stunde bin ich wach. Und ich nehme, Achtung, jetzt meinen ersten Schluck von einem Doppio. Doppio oder wie die pflegte Amerikaner sagen, Doppio. Und ich habe gefunden, ich mache mal die Aufnahme ein bisschen anders. Weil, also zeitlich für mich, so in meinem Tagesablauf, weil manchmal bin ich ein bisschen gestresst. Manchmal bin ich so ganz ein bisschen nicht gestresst, gestresst, nicht so, oh mein Gott, oh mein Gott. Sondern habe so ein bisschen Zeitdruck, sage ich jetzt mal. Und das ist meistens, weil ich irgendwie finde, ah ja, und dann nehme ich noch den Solo-Podcast auf. Und dann muss ich aber irgendwie Büro-Zeugs machen. Dann muss ich das machen. Dann muss ich das machen. Und dann riecht da jemand an. Und dann nachher irgendwie, uh, jetzt müsste ich schon langsam zum Auftritt. Und so. Und dann dachte ich, ich mache das mal ein bisschen anders. Vor der 11 Uhr sucht mich nie jemand. Das heisst, mein Zeitdruck ist begrenzt. Alle meinen, ich schlafe noch. Und das ist auch gut so. Und Doppio übrigens trinke ich nur, weil ich gemerkt habe, aber natürlich erst vor fünf Minuten, dass ich keine Milch mehr habe. Keine Milch, kein Rahm, nichts. Und dann habe ich nicht so gerne lange Kaffee. Und dann nehme ich lieber Espressi. In diesem Fall Doppio. Doppio Espressi. Und was will ich euch eigentlich erzählen? Also ich weiß gar nicht, was ich euch will erzählen. Ich schaue mal, wo es hingeht. Am Morgen ist ja das Hirn bei mir zumindest auch viel frischer. Also ich weiss nicht, ob frischer, aber irgendwie halt noch nicht so beladen mit den ganz vielen Gedanken vom Tag. Sondern irgendwie meistens kreativer. Obwohl ich immer das Gefühl habe, ich kann jetzt nachts so gut kreativ sein. Es ist aber tatsächlich, das habe ich schon mal erzählt, ich glaube mit Gast. Aber tatsächlich gibt es ein Video. Was für ein Satz? Tatsächlich gibt es ein Video. Nein, es gibt ein Video von John Cleese von Monty Python. Und er hält einen Vortrag über Kreativität. Und das ist für mich damals, als ich das gesehen habe, lebensverändernd gewesen. Weil ich bin so, ich bin so, mein erstes Solo-Programm habe ich glaube schon gehabt. Ja, aber das hat sich halt irgendwie über sehr, sehr lange Zeit, im Verhältnis zu, was ich jetzt mittlerweile an Zeit brauche, zum Solo-Programm erarbeiten, über sehr, sehr lange Zeit hat das ein ganz kleines Stückchen entstehen, mit ganz viel so richtig übertriebener Schreibarbeit für Zeugs, die dann nie gebraucht worden ist. Mittlerweile ist, ich sage jetzt, vor, die Aussortierung ist viel schneller. Früher hatte ich zu allen Ideen, hatte ich eine ganze Nummer geschrieben, um denen zu merken, die Nummer ist nichts. Und jetzt ist es eher so, ich sehe eine Idee und denke, zu dieser Idee würde ich keine gute Nummer schreiben können. Also mache ich es gar nicht. Aber was für mich lebensverändernd gewesen ist bei dem Vortrag von John Plyse, ist, wenn er erklärt, hat das Kreativität für ihn Beschränkungen gebraucht. Und zwar Beschränkungen vor Ort und Zeit. Ruhm und Zeit heisst es eigentlich. Space and Time, Ruhm und Zeit. Zum Beispiel, wenn man weiss, man muss, ich weiss doch auch nicht, einen Aufsatz schreiben. Sagen wir jetzt einfach mal etwas sehr Simples, einen Aufsatz. Dann muss man nicht Tag für Tag probieren, den Aufsatz zu schreiben, sondern man muss sagen, ich fange mal an mit am Mittwoch zwischen 2 und 4 und zwar mache ich es in dem Café dort. Das ist jetzt ein Beispiel. Es kann überall sein. Wenn es schönmatter ist, kann es im Park sein. Es kann, wenn man nicht mehr nachher fahren will, kann es auch von mir aus in einer anderen Stadt sein. Und so weiter und so fort. Und das hilft schon mal fürs Hirn zu wissen, Ich kann nur jetzt, in dem Moment, kann ich mich um das kümmern, sozusagen. Mega geil. Das habe ich dort mitgenommen. Und ich habe natürlich zum Teil ein bisschen grössere Grenzen gesetzt. Ich bin dann irgendwie mal drei Tage nicht mehr nah an. Aber es ist dann wirklich, man versucht dann effektiv, nichts anderes zu machen in dieser Zeit. Und das hilft schon wahnsinnig. Und was noch viel entscheidender gewesen ist für mich, ist, dass er gesagt hat, für ihn schläft das Unterbewusstsein über Probleme. Also wenn er an einem Skript ist und er schreibt und er hat irgendein Problem, kann es nicht lösen und denkt so, wie komme ich hier weiter, wie komme ich aus dieser Nummer raus. Und dann sitzt er dort und es ist irgendwie eins am Morgen, halb zwei, zwei, keine Ahnung. Auf und so. Dann geht er geschlafen. Dann steht er auf, schaut das Skript an und denkt sich, was ist überhaupt das Problem gewesen? Da, das, das, das. Klack, klack, klack. Geändert. Also ich weiß nicht, ob er klack, klack, klack macht. Vielleicht macht er auch Piep, piep, piep. Oder Huh, huh, huh. Äh, in so etwas. Und das ist für mich lebensfreundlich gewesen. Weil ich bin ein Nachtmensch, das bin ich definitiv immer noch. Das ist immer schon mein Rhythmus gesehen. Und ich bin auch gerne Nachtmensch, weil effektiv zunacht keine Ablenkungen sind. Und zum Beispiel Büroarbeit mache ich super zunacht. Sensationell. Dann hocke ich an, dann kann ich meine E-Mails rauslassen. Das, das. Niemand schreibt gerade zurück in diesem Moment. Kein Problem. Für kreative Sachen habe ich tatsächlich gemerkt, dass es extrem viel ausmacht, wenn ich, äh, wenn ich drüber schlafe. Ja? Wenn ich irgendwie eben einen Text will schreiben, irgendwie, manchmal wird man gefragt für, für, äh, Auftragsarbeit ist jetzt das falsche Wort, aber man wird gefragt für irgendwie, kannst du ein paar Zeilen zu diesem Thema schreiben, kannst du mir vielleicht dort irgendetwas, äh, es geheißen Artikel, und so weiter und so fort. Ähm, oder, auch, auch wichtig, so, ähm, Mails, so, aber, aber nicht Mails, wo es einfach schnell darum geht, ähm, hey, äh, liebe Grüße, kannst du das bitte machen, hoff's gut, äh, hoff's gut gut, kannst du das bitte machen, liebe Grüße, oder, ähm, uh, da schickt er noch, äh, das und das, wo du dir noch gefragt hast, und irgendeine Mail beantworten, sondern, es gibt jetzt diese, die Mails, wo man so findet, haa, haa, ich muss noch so eine Mail schreiben, oh nein. für die ist es auch perfekt, darüber zu schlafen, weil irgendwie ist das Hirn in den Morgen frischer, und, und ich bin zum Teil, noch im Halbschlaf, habe ich zum Teil, ne, zum Teil fast einen Roman geschrieben, weil ich einfach so, ich habe gewusst, das ist mein Ziel am nächsten Tag, und dann habe ich so, das Laptop, das Laptop, ähm, dann habe ich so, der Laptop, in Bettensnöhe, was ich eh immer gehabt habe, weil ich jahrelang, etwas geschaut habe, zum Einschlafen, sehr sinnvoll, hilft sicher auch im Hirn, und der Kreativität, wenn du die ganze Zeit, blau licht, einem noch ins Hirn flackert, mittelweil habe ich es geschafft, auf Podcasts umzusteigen, ohne Bild, hilft schon noch, auf jeden Fall, ähm, habe ich dann irgendwie, in der Rüche gehabt, und dann habe ich zum Teil, wirklich noch im Schlaf, so beim Aufwachen, habe ich an dem Schlaf nachgedacht, oh, das muss ich jetzt machen, und dann ist es so gesehen, okay, ich fange mit dem Satz an, dann mache ich das und das, und dann sage ich das und das, und, dann habe ich das immer, so gerade aufgeschrieben, und klar, man hat dann irgendwie so, ich habe dann auch immer geschaut, ich habe dann oft so Schreibfehler, aber nicht schlimme, ich kann es ja nachher korrigieren, aber es geht mehr darum, die Gedankengänge durchzuführen, und, dann habe ich zum Teil, was ich am oben vorher, eben auch gedacht habe, das war jetzt eine, äh, monumentale Aufgabe, dann, äh, hatte ich das schon gehabt, so, und wie bin ich jetzt auf das gekommen? Ah, weil eben am Morgen das Hirn anscheinend frischer und kreativer ist, die merken es an diesem Podcast, ich habe es geschafft, schon zwölf Minuten zu reden, ohne zu wissen, was ich geredet habe, top, aber ich weiss gar nicht, eben nein, ich weiss gar nicht, was ich euch sonst haben wollen, erzählen, ähm, ich werde sicher noch schnell über meine Woche reden, nachher, Mails, keine Ahnung, ob Mails gekommen sind, siehst du, ich habe noch nicht mal, ich habe noch nicht mal meinen Laptop geholt, wow, noch nicht mal meinen Laptop geholt, ähm, was habe ich denn sonst noch gemacht, ähm, ich weiss, dass ich, ein bisschen, Fernsehen geschaut habe, obwohl, ich finde zum Beispiel, auf, Netflix, konnte man dann irgendwie, gerade nichts, die haben, die haben jetzt recht rausgeballert, so vor zwei, drei Monaten, und jetzt irgendwie, was ist jetzt gerade gekommen, ich glaube, Afterlife, das habe ich aber nicht geschaut, die neue Staffel, ähm, aber sie haben so, sie haben so, natürlich so über die Festtage, haben sie gefunden, da, nehmt, wir haben es so viel, wir haben Tiger King in allen Variationen, wir, wir finden noch, wir finden noch, sicher sechs Folgen, zu, der einen Antilope, wo, zwar nicht vorgekommt, aber wo mal der eine darüber redet, über das machen wir auch noch sechs Folgen, was, dort habe ich geschaut, der Doc Antle Story, das habe ich geschaut, was habe ich noch geschaut, oh, ganz grossartig, ganz grossartig, ähm, wird das geheißen, unsportlich, das ist geil, das müsst ihr schauen, falls ihr Netflix habt, ich gebe euch jetzt schon Netflix Tipps, aber es ist so, ähm, schaut, unsportlich, äh, auch wenn ihr euch nicht für Sport interessiert, ich, ich, ich sage das ja bei sehr vielen Sachen, aber, darum finde ich Sport eben auch so geil, mir geht es zum Teil gar nicht um die Sportart, sondern mir geht es ja um alles drum herum, und die, 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 die Menschen und Emotionen und die Geschichten, und gerade bei unsportlich, dort geht es eigentlich in jeder Folge, geht es um irgendeine, in irgendeiner Art und Weise, Betrug, in einem Sport, halt eine unsportliche Handlung, ja, und das geht von, ab, äh, wie nennt man das, abgemachten Wetten, ähm, Wetteinfluss, ich weiss doch auch nicht, Leute setzen Millionen, damit jemand verliert, und die Person verliert extra, weil sie ja beteiligt ist, so, ich will nicht zu fest ins Detail gehen, falls ihr das schaut, ähm, aber es ist ein crazy Zeug, ein Rennfahrer, ein Rennfahrer, wo irgendwie im ganz grossen Stil Marihuana gedealt hat, in den USA damals, ähm, uh, Eiskunstlauf, Skandal im Eiskunstlauf, wie gesagt, es geht nicht um die Sportart, es geht darum, Eiskunstlauf ist eine von den Sportarten, wo einfach benotet wird, wird einfach benotet, wo einfach, in der Theorie könnte ich dort sitzen, und sagen, äh, nicht so gut, uh, habe ich super gefunden, so, und vielleicht beeinflusst es meine Entscheidung, wenn jetzt, äh, jemand kommt, wo ich, wo ich Respekt habe, und mir sagt, ähm, übrigens, findest du denn die Russen besser, als die Amis? und ich so, okay, Russland, 5,9, Amerika, USA, 5,7, ähm, und was gibt es noch, äh, ganz schlimm, ganz schlimm, äh, der eine, die, der eine, die tut immer extra, also extra im Auftrag, ist ein Auftragsmörder, für Rösser, wo bei, bei so, ähm, Wettbewerb nicht mehr richtig funktionieren, aber für viel Geld versichert sind, ähm, und die reichen, die reichen Besitzer, ihnen sich sehr daran freuen, wenn man dann noch das Versicherungsgeld einheimsern kann, wenn die schon nicht mehr im Wettbewerb performen, und so weiter und so fort, natürlich Fussballskandal, Juventus Turin, und so weiter und so fort, ähm, ich sage noch ein paar Mal, und so weiter und so fort, auf jeden Fall, was, was dort geil ist, also es ist geil gemacht, es ist so gemacht wie jede, wie jede Netflix-Doku mittlerweile, ähm, oder wie alles für Netflix, es hat so den klaren Netflix-Stil, auch wenn es eine andere Produktionsfirma ist, ähm, immer eine andere eigentlich, die haben alle den gleichen Stil drauf, aber es freut mich schon mal, es ist, es ist halt, in jeder möglichen Sprache verfügbar, hauptsächlich, wirklich egal was es ist, auch, auch italianischen Wettskandal, italianisch verstanden ich ein Bitz, aber nicht so gut, dass ich keine Untertitel müsste haben, ich mache es trotzdem immer, weil, ich höre es gerne im Original, und zwar wirklich im Original, ähm, und nicht, pff, das finde ich so anstrengend, alle die, alle die Fernseh-Dokus, wo so, man noch ein bisschen das Original hört, ich habe keine Ahnung warum, aber, es ist dann immer so, well, it was really hard, es war wirklich sehr schwer, gestern Abend, und, wieso, macht er einfach Untertitel, oder von mir aus, ist es ganz zu übersetzen, aber es ist, ich glaube, die Fuhlheit, es ist die Fuhlheit, ähm, müsse, so möglich, genau, die Lippe, synchronisieren, es sollte ja dann also aussehen, als effektiv, die Person, Deutsch reden, und ich glaube, wenn ihnen das zu mühsam ist, und sie nicht so viel Budget haben, dann sagen sie, ach, schwarzaffer drüber, when I saw Tara, wenn ich Tara das erste Mal sehe, ähm, auf jeden Fall, was habe ich wollen sagen, wegen unsportlich, genau, was richtig geil ist, was richtig bemerkbar ist, und das ist so wieder eine Lehre gewesen für mich, egal, welche Folge ich geschaut habe, es geht, am Anfang funktioniert es immer, egal, was ich mache, am Anfang funktioniert es, ja, so die erste Wette, und, ähm, ich glaube, der Basketballer, der muss nicht einmal verlieren, er darf einfach nicht gewinnen, mit mehr als 10 Punkten Unterschied, und natürlich macht er es, ähm, er schafft es glaube ich mit 6, weil der andere ihm sogar sagt, du darfst nicht mit mehr als 6 gewinnen, damit es sich einen Puffer gibt, und so, ähm, am Anfang geht es immer gut, und wisst ihr, wenn es immer schief geht, es geht immer schief, wenn sie es noch einmal machen wollen, wenn sie zu gierig werden, und das hat mir Folgendes gelehrt, das hat mir gelehrt, du kannst bescheissen im Leben, aber nicht so oft, das ist meine grosse Lehre, sehr moralisch, moralisch überhaupt nicht verwerflich, ich, ich probiere in meinem Leben wirklich so korrekt wie möglich zu sein, ähm, aber ich weiss jetzt, falls ich es mal nicht bin, muss es einfach nur einmal sein, kommt vielleicht auch auf das Ausmass darauf an, ja, kommt vielleicht auch darauf an, ob, ob man jetzt irgendwie einen Wettskandal probiert, oder, ähm, ob man, ob man, ob man einen Rumpen bringt, das ist richtig krass, das ist so geil, wie wirklich jedes Mal, wenn, wenn sie, wenn sie selber noch ein bisschen gieriger werden, und noch ein bisschen mehr brauchen, so, äh, ah, komm, wir müssen noch einmal, wir müssen noch einmal eine Tonne Marihuana verkaufen, wir haben es zweimal so erfolgreich gemacht, und niemand hat etwas gemerkt, aber, aber, ich, ich brauche doch jetzt noch einmal so und so viele Millionen, für das und das, und, äh, es ist richtig crazy, dann, was habe ich noch gesehen, ah, schon wieder etwas Sportliches, die Martina Hingis-Doku, wieso habe ich die geschaut, ich weiss nicht, bist du glaube ich gekommen, habe ich gefunden, ah, also, ähm, ich kann mich noch erinnern, da bin ich natürlich ein kleiner Bub gesehen, wo sie, ein bisschen weniger kleines Mädchen gesehen ist, und irgendwie schon die ganze Ikone hat, und ich bin mal mit meinem Vater, sind wir mal im Tessin, Tessin gesehen, irgendwie so zwei, drei Tage im Tessin, und, dann war ich wahrscheinlich Sonntag gesehen, irgendein Finalspiel, mega schönes Wetter, und wir sind, wir sind halt rumgelaufen, und irgendwie, äh, mein Vater hat es glaube ich so mittel, aber doch ein bisschen interessiert, und dann ist er immer wieder, so ganz kurz, ist er so, immer wenn wir bei einem Fernseher vorbeigelaufen sind, ist er so ganz kurz, so gehen, was da standen ist, und beim einen, ich tue das wahrscheinlich jetzt völlig, völlig verzehren in meiner Erinnerung, aber beim einen Fernseher, sind wir dann irgendwie, kurz länger gesehen, mein Vater schaut so, und einer, tut so zu ihm, führern, rufen, äh, rufen, so führern, schreien, so, sie hat gewonnen, im Tessin, aber es ist so, eben, ich verzehre es wahrscheinlich, aber ich glaube, es ist wirklich so, sehr berendeutsch gesehen, sie hat es gemacht, sie hat tatsächlich gewonnen, und ich bin mir nicht mehr sicher, ob es der erste oder zweite Grand Slam gewesen ist, oder so, aber, äh, ich sage mal so, ich habe meinen Vater selten so beeindruckt gesehen, wie dort, ich glaube noch nie so beeindruckt gesehen, über mich, ich glaube, ich glaube, ich bin beeindruckender gesehen, also ich verstehe es auch, so in einem, in einem globalen Verhältnis, ist es eben beeindruckender, als, ähm, hey, ich bin bei meinem ersten Arbeitstag drei Stunden in Sport gekommen, äh, und, ja, irgendwie, irgendwie habe ich so, das ist so meine Verbindung zu den Martina Hengis, keine grosse, aber das ist sie, und dann, äh, und ich fand, ich schaue die, ich schaue die Doku, und das ist auch geil, das sind auch Charaktere, sie ist ein bisschen unkritisch, denkt es mich, ähm, ich habe dann so ein bisschen nachgelesen, das ist ja so ein bisschen Entschuldigungsdoku, weil sie sie vergessen haben, bei den, äh, Sportlerinnen vom Jahrhundert, kann ja mal passieren, kann ja mal passieren, ich meine, stell dir vor, es wird dann also, in 20 Jahren wird es dann also sein, dann gibt es irgendwann, Sportler des Jahrhunderts, und dann sagen sie, was, Roger, Roger, wie? äh, ah, shit, ja, das haben wir vergessen, jetzt ist der Simon Amann geworden, okay, dann tun wir halt, ähm, ja, ja, machen wir so eine Doku, aber, ähm, aber es ist eine spannende Doku, auch, gute Charaktere, super, ihre, 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 Stiefvater und Ex-Manager, das ist eine geile Sache, das ist so wirklich, wenn irgendjemand, mal fragt, du, wie sind eigentlich, wie sind eigentlich, Schweizer, was ist so, was ist so ein richtiger Schweizer, den musst du einfach so 10 Sekunden, von ihm zeigen, wildklasse, und, was ich nicht checkt, ist, er meint, kann man, kann man, kann man, grossi, grossi Persönlichkeiten, von aus dem Tennis, und, äh, natürlich auch, Wegbegleiter sonst, ähm, also, wichtige Leute vom Verband, und so weiter, und so fort, und alle reden in ihrer Sprache, also, zum Beispiel, der John McEnroe, der redet halt Englisch, und zwar, sagt er dann irgendwie, Martina, was, very impressed, Martina war sehr beeindruckend, von Anfang an, und, ähm, der Einzige, der Einzige, der sich entschieden hat, ich rede nicht Schweizerdeutsch, obwohl ich Schweizer bin, ist der fucking Heinz Günthard, wo ich eh so eine grossartige Figur finde, ich habe den Menschen nie kennengelernt, aber, die Parodie vom Fabian Unterlecker, ab der, verriss mich schier, und, und in der Parodie, haben sie, haben sie aus dem Heinz Günthard, auch so eine, halt so übertriebene Version von ihm, haben sie, haben sie ihn einfach so, zeichnen, als, als so, der Typ, der findet, er sich besser als der Roger Federer, er hätte es halt quasi wie nicht können zeigen, weil er hätte irgendwie, minus 20 Grand Slam Titel, aber, aber er ist eigentlich besser gesehen, und, äh, also wirklich, Fabian Unterlecker, seine, seine Parodie auf der, auf der Heinz Günthard, ist eh schon zum Schreien, auf jeden Fall, der Heinz Günthard, durch die ganze Doku, redet Hochdeutsch, ich weiß nicht, wieso, mit Martina Hingis, redet Schweizer, ihr Stiefvater, was weiß ich, der Roger, der Präsident von Swiss Tennis, oder wie das Ding auch immer heißt, alle, alle reden auf und zu, wie sie immer reden, aus der Heinz Günthard, das jetzt nicht so, ja, da kenne ich mich sehr gut aus, es war nämlich so, ich denke wirklich so, what the fuck, schaut, schaut die Doku, ist wirklich, schon nur für das lohnt es sich, einfach zum Gesehen, wie alle, in ihrer Sprache reden, und der Heinz Günthard, Hochdeutsch reden, der Regisseur, hat der Regisseur gefunden, entweder, hat er als allererstes, der Heinz Günthard aufgenommen, und dann gesagt, nein, das geht nicht, nein, nein, das können wir nicht machen, wir sind nicht Tagesschau, das ist ja auch dort immer, das finde ich auch immer so geil, wenn irgendwie, wenn sie Leute im Bundeshaus haben, die dann auf einmal Hochdeutsch reden, aber ich verstand es, aber vielleicht hat er bei der Doku dann gesagt, lass, jetzt nach dem Heinz Günthard, muss ich sagen, nö, 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 schweizst du lieber so, wenn du im Schwarzisch zur Not, tun wir die untertiteln, oder, wir reden so drüber, ähm, aber sehr wahrscheinlich, ich hätte es schon, ich weiß nicht, wie viele Interviews im Kasten gehabt, hätte man das mit dem Heinz Günthard machen, und der Heinz Günthard sitzt da vorne, vor die ersten Fragen beantwortet, und sagt, ja, Martina war natürlich schon früher sehr beeindruckend, und der Regisseur sitzt da dort und denkt, ah, fuck it, das ist schon euer Auftragsarbeit, das ist schon euer Entschuldigungsfilm für Martina Einges, es ist schon nur wegen dem lohnt es sich, das kann ich wirklich sehr wärmstens empfehlen, ja, auch von SRF Docs sehr empfehlenswert, übrigens, habt ihr sicher schon gesehen, what a shit show, ich habe es jetzt zum zweiten Mal geschaut, weil ich es meiner Freundin sagen musste, ähm, die Doku, mit dem Robin Rehmann, über Satanic Panic in der Schweiz, das reicht eigentlich, man darf die eingehen, Robin Rehmann Doc, ich glaube, reicht schon, what an absolute shit show, ähm, ja, aber eben, die Martina Einges Doc, ist auch spannend für mich, weil ich kann nicht so viel über sie gewusst, und, ähm, also ich weiss auch nicht jetzt viel über sie, aber, was ich gemerkt habe, wo ich das Ganze geschaut habe, ist, die ist ja gar nicht so gut gewesen, also das ist offensichtlich ein bisschen, aber, ähm, sie hat ja noch am Anfang gewonnen, mit 16 ist sie super gewesen, dann hat sie ein paar Mal Grand Slam gewonnen, und dann ist sie zusammengekacht, dann hat sie niemand mehr gewonnen, und dann im Doppel, mein Gott, da ist ja noch jemand anderes auf dem Feld, heisst das nicht, dass du gewonnen hast, nein, es war wirklich Sensationstennis-Tennis-Spielerin, ähm, und vor allem hat sie dort sehr klar, sehr sichtbar, wie, 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 mindestens genauso entscheidend ist, äh, wie der Sportliche, bei ihr ist das einerseits gesehen, wo sie dann eben das erste Mal verloren hat, so richtig übel, überhaupt wieder in den Tritt hineinzukommen, ähm, und davor aber schon so, so, ich weiss nicht, wie viel Schläge vorausdenken, wie im Schacher, dass du das kannst machen, wenn du noch unter voll sportlicher Aktivität bist, das ist, äh, das ist sehr beidrückend, mhm, so, siehst du, jetzt habe ich es schon 30 Minuten gemacht, ganz entspannt, keine Ahnung, ob irgendeine Bezug Lust hat, bis dahin, aber, ähm, bis jetzt hat sich das bewahrt, das Morgending, finde ich gut, und, und ich bin jetzt auch langsam warm geredet, obwohl ich noch nicht mal mit Opio fertig drunken habe, oh, mhm, bah, wo, lauwarm, auch gar nicht so geil ist, und, wo habe ich jetzt, hm, jetzt hole ich mal den Laptop, zum mal schauen, was ich eigentlich, die letzten Tage so gemacht habe, und, äh, vielleicht hat es ja noch Mails gegeben, so, ich habe es schnell, ich habe es schnell disloziert, ich bin jetzt vor der Küche, oh, bin ich jetzt aufs Sofa, sicher spannend, der Live-Ticker, und, wo sind wir gesehen, ich weiss, dass ich in Wohle gesehen bin, das weiss ich noch, aber ich glaube, ich habe zuerst noch anderes gemacht, seit ich mich das letzte Mal gemeldet habe, yes, und zwar, habe ich, ah, ich habe mich ja noch in Zermatt gemeldet, stimmt das, Wahnsinn, in Zermatt habe ich mich noch gemeldet, und, danach habe ich schön Doppelfolge, äh, Port aufgenommen, die eine ist schon draussen, die andere kommt, übermorgen, und, richtig, bin ich am Donnerstag an einem Open Mic, an einem Open Mic in Aarau, und zwar habe ich mich natürlich selber komplett, äh, ich habe mich eigentlich selber verarscht, ja, weil, ähm, das habe ich im letzten Podcast ja schon erzählt, ich habe so gemerkt, ich bräuchte langsam, aber sicher wieder ein bisschen neues Material, ähm, für die Aufzeichnungen im Bernhard Theater, für das Stand-up Comedy Show, und, also dachte ich, ja, aber so, so ganz, ohne dass ich das jemals irgendjemandem, äh, auf einer Bühne erzählt habe, war aber jetzt sehr frie, für das es dann gerade die Fernsehaufzeichnung ist, und für immer und ewig nehmen, äh, in der Linsen, und das Internet einbrennt, und dann habe ich so gedacht, huu, ja, mal schauen, ich bin noch in den Bergen, und die Zeugs sind Sachen, ich könnte nur am Donnerstag, hm, Donnerstag gibt es eh keine Open Mic, ja, nun, so, dann habe ich gedacht, ja, aber so ganz, ganz bei dem kann ich es nicht lassen, dann habe ich Matteo geschrieben, der natürlich sehr ahnig hatte von all diesen Sachen, und dann habe ich gesagt, äh, gell, Donnerstag gibt es keine Open Mic, und dann habe ich geschrieben, doch, da, da sind Arrau, vom Jozo, Support, bla, bla, und ich so, na, okay, und dann, dann habe ich da den Spot, äh, dürfen spielen, und, hat super Spass gemacht, einfach, was habe ich gemacht, 15 Minuten, alles roh, sehr, sehr roh, wirklich einfach nur so Gedanken, zum Teil einfach, ohne, ohne, auch nur überlegen, wo der Lacher, könnte sein, einfach, kurz Geschichten erzählt, kleine, kleine Beobachtungen und so, und etwas Kleines, habe ich dann tatsächlich können, am Montag, wo man im Stand-up, äh, also wo man im Bernhard-Theater Stand-up aufgenommen hat, habe ich schon einbauen, weil, ich habe dann gemerkt, so ein bisschen Material habe ich tatsächlich noch, aber ist gut, ich habe mich erst damit beschäftigt, nachdem ich die Sachen schon getestet habe, und, ähm, das macht noch viel aus, macht wirklich noch viel aus, ähm, sich selber auch ab und zu unter Druck setzen, finde ich auch gut, ähm, dass ich das jetzt auch noch so gesagt habe, ich weiss nicht, ob das mit der Kreativität direkt zu tun hat, aber sicher auch, wie so oft, sich selber unter Druck setzen, ist ja ganz klar, ähm, wie bei vielen Menschen, äh, Procrastination, ist, ist ja fast alltäglich, aber auch die kann man erzwingen, wie in dem Fall, ich hätte können, bevor ich in Aarau gehe, neues Material testen, hätte ich können, hinsetzen, eine halbe Stunde, und wirklich, schauen, was habe ich alles schon gespielt, bei der Stand-up kommt es schon im Bernhard-Theater, weil, ich vor jedem Auftritt, meine Set-Liste, tue, scannen, und ablegen, also kann ich das auch wirklich machen, ich kann dann wirklich schauen, und dann kann ich natürlich vergleichen, mit allen, äh, Bits, die ich habe, wo ich dann irgendwie, so schaue, keine Ahnung, Solo, jetzt der Solo, das Letzte, Solo das Vorletzte, habe ich natürlich auch noch immer so Set-Liste, dann kann ich das ein bisschen quer vergleichen, und dann merke ich, wenn ich das alles aufliste, ja, dann sage ich, okay, so und so viele Stand-up-Comedy-Shows, in Bern hat es schon gemacht, das gespielt, das gespielt, das gespielt, ich habe, ich habe jetzt die Liste mal, das ist die Jenseits, wo ich die ganze Liste nachschaue, das ist schon viel Material, das ich dort verballert habe, ähm, ich kann es jetzt auch nicht erzählen, aber, schon gespielt, äh, ja, sicher so 40, 40 einzelne Elemente, ja, 6 kurzes Bit, 6 One-Liner, was auch immer, und, ähm, und, ähm, das hätte ich machen können, dann hätte ich können sagen, ah, okay, ich muss nicht auf, äh, ich muss nicht auf Aarau, weil ich habe ja tatsächlich noch drei, vier Sachen, was für zwei Sendungsaufzeichnungen längstens reicht, ja, habe ich aber nicht gemacht, sondern ich habe dort irgendwie das extra so ein bisschen nicht genau nachgeschaut und gefunden, ich muss neues Material erarbeiten und habe mich so ein bisschen unter Druck gesetzt und erst dann bin ich hinsessen und habe gemerkt, ah, ich habe ja noch ein bisschen etwas, das heisst, das hilft auch ab und zu, sich selber ein bisschen unter Druck setzen, vielleicht auch künstlich unter Druck setzen, ja, auf jeden Fall habe ich dort dann ein bisschen das Zeug getestet und und bin dann am nächsten Tag auf Wohle und, äh, Wohle, Kanti, geil, ich habe es ganz Wochenende habe ich in Schule gespielt, habe ich dann gemerkt, weil am Freitag bin ich in Wohle gewesen, äh, Kanti vor dem Wohle, wirklich, was für eine Location, super eindrücklich, äh, top modern und, äh, funktioniert auch alles Bomben und, ähm, auch die Show hat funktioniert, was mich sehr gefreut hat, weil, ich bin vor recht wenig Leuten ausgegangen, so halt wie momentan die Situation ist und, äh, was aber jetzt die Erfahrung ist und, ich habe so gedacht, ja, so 20 Leute, also wirklich, ernsthaft, nicht als, nicht als Witze, und ich habe wirklich gedacht, ja, 20 Leute werden wir haben und dann hat es geheissen, ja, das ist bis vor zwei Tagen tatsächlich, hat noch jemand der Fall gesehen und jetzt sind aber noch Tickets gegangen, wie blöd, und am Schluss sind wir bei, sagen und schreiben, ich, ich, ich glaube es, wirklich, es ist wahr, aber ich glaube es selber fast nicht, 74, alles in allem, ja, es sind aber nicht 74 Leute gekommen, muss ich dazu sagen, also irgendwie, ein paar sind tatsächlich dann nicht auftaucht und so weiter und so fort, aber effektiv, äh, Tickets 74, das hat mich wahnsinnig gefreut, äh, vor Ort, gute über 50 Leute, wie viele, weiss ich nicht genau, aber, ähm, gute Stimmung und, ähm, hat, hat wahnsinnig Spass gemacht, vielen, vielen Dank, alle Menschen, die dort gekommen sind, äh, und die paar, die ich nachher noch habe können reden, ähm, tolle Leute, wirklich, sehr, sehr schön gewesen und ich weiss noch, während dem Tag bin ich super, super im Stress gewesen, dort habe ich aber zum Beispiel nicht nur Zeitdruck gehabt, sondern dort habe ich einen von den ganz wenigen Tagen, wo ich wirklich so ein Stressgefühl hatte, weiss ich, Hass, aber dort wirklich so, ah, shit, das noch, und oh nein, und, und, ähm, auftreten, grundsätzlich hilft mir immer schon wahnsinnig, aber gerade dort, das ist, das ist alles so sauber gelaufen, auch, auch mit der Technik, äh, der, 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 der Schil, mir eine Technik ist mitgekommen und, und, äh, wir haben innerhalb von 10 Minuten haben wir alles können durchchecken, äh, der Janky hat Support gespielt, wir haben in der Garderobe, haben wir gegessen, mega herzig gesagt, der Restaurant hat zu, momentan, haben aber trotzdem, äh, extra etwas gemacht und geliefert, und das ist auch, absolut, sensationsfood gesehen und dann haben wir dort wirklich, haben wir wunderbar, haben wir backstage essen, nachher bin ich aufgetreten, mein Ding durchballert in irgendwie 75 Minuten und, und nachher, weiss ich noch, wie ich dann zu Hause gefahren bin und so gemerkt habe, aha, jegliche Stressgefühle sind einfach verflogen und das ist so geil, ich habe es nicht einmal gemerkt, sie sind einfach weg gewesen, ich habe nicht einmal gemerkt, wo sie weg gehen, sondern es ist ein schleichender Prozess und dann auf einmal sind sie weg und am nächsten Tag habe ich in Viznau gespielt, Comedy-Karussell, Mixed Show, auch dort, äh, 150 Leute, sensationell, 150 Leute in so Zeiten, ähm, das macht einfach Spass, ja, und das zeigt, ich glaube jetzt langsam, aber sicher, wenn es, wenn es durch den Ohr mit krönelt hat, ähm, dass die Leute auch wirklich wieder parat sind für, für Live-Shows. Darum kommt auch, kommt auch, ja, Viznau, wir sind gesehen, Markit Borne, äh, David Bröckelmann, Salome Jans, äh, Rolf Schmid und ich habe gehostet, und, das ist auch in einer Schule gewesen, ja, dann haben wir gesagt, die Turnhalle von der Schule, da habe ich gerade an, äh, da habe ich gerade an Cenk müssen denken, weil, äh, ein grossartiges Bit, sprich jetzt dann sogar ein Soloprogramm, hat über die Hochzeit von seiner Cousine, und, äh, ist aber auch dort eine super Stimmung gewesen, und, ähm, das Gleiche kann ich noch mal sagen, vor der Stand-Up Comedy-Show vorgestern im Bernhard-Theater, das ist, das ist crazy geil gewesen, das ist richtig abgegangen, volle Bude, also irgendwie 300, irgendetwas Leute, also nicht ausverkauft, aber wirklich gut gefüllt, ich glaube, vielleicht sogar ausverkauft, ich habe gar nicht nachher gefragt, aber auf jeden Fall, wirklich, ähm, ab, 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 richtig, richtig Spass gemacht, und, ähm, was habe ich sonst noch gemacht? Das war's, ich glaube, das war's, das war meine Woche, ähm, das heisst eigentlich vier Auftritte, das ist, für die jetzige Zeit ist das doch eher viel, normal sind es so zwei bis drei, aber, es können auch mal vier sein, übermorgen, spielen wir wieder Solo, wir spielen Solo, macht extrem Sinn, in Bülach, Kantine Bülach, richtig geile, äh, Location, ich hoffe dort auf den gleichen Effekt, wie in Wohle, dass jetzt noch Menschen sagen, doch, komm wir, da gehen wir, da gehen wir, äh, bis jetzt, äh, würde ich sagen, hätte es noch der ein oder andere Platz, aber, ähm, es gehen jetzt auch langsam, aber sicher immer wie mehr Tickets, und, äh, würde mich sehr freuen, nächste Woche, in, St. Gallen, und in, Liestl, also, wirklich, egal wo wir in der Schweiz sind, ausser jetzt vielleicht im Bernischen, aber dort bin ich ja bald wieder, ähm, ja, man kann von Ostschweiz, man kann Zürich, Nähe mit Bülach, und, äh, Basel Nähe mit Liestl, alles ein bisschen abgedeckt, mit dem Solo, und sogar, die Woche drauf, wo sind wir dann, Döberdorf, Weltklasse, ähm, wo sind wir dann noch, da, Hasliberg, also wirklich, Innerschweiz ist auch noch dabei, alles Mögliche, ähm, kommen vorbei, würde mich sehr freuen, und jetzt, da ich doch schon, gute 40 Minuten gemacht habe, du siehst, das Morgengelaber, das ist ja Wahnsinn, gehe ich mal schauen, ob es noch neue Mails gab, heeeet, tatsächlich, zum Beispiel, Hello, my name is Maville, I work as a manager at Bereser, the specialists of a company, have analyzed, your YouTube channel, we would like you to offer, you cooperation, our interest, is that you tell subscribers, about our, the, type of Admetization, integration, payment, is negotiated, after the contract is signed, das ist ja das geilste, das, das, das schrieb ich ab jetzt auch immer, hey, will ich, will ich, will ich mit dem Show gespielen, payment is negotiated, after the contract is signed, after, du wirst, was das heißt, payment is negotiated, die Bezahlung wird erst abgemacht, nachdem der Vertrag unterschrieben wurde, wo ich muss sagen, viele Agenturen schaffen, also nicht Comedy Agenturen, sondern, halt sonst die Agenturen, ja, da wird es sehr gern, wird schon, da eine Sitzung, und da noch ein bisschen besprochen, und dann nachher, quasi, eigentlich schon, eigentlich, wenn es schon der Tag ist, wo du deine Arbeit musst machen, heisst es dann, ja, wir müssen dann noch kurz ein bisschen Geld reden, gell, okay, das Mail kann ich direkt am Ende, zack, löschen, so, jetzt, äh, kommen wir, tatsächlich zum richtigen Mail, Isabel, hat mir mal geschrieben, hello Isabel, lieber Joel, Klammere, ich finde deinen normalen Namen so schön, da muss ich nicht irgendeinen Spitznamen erfinden, ne, du musst nicht, aber ich fand es schon sehr lustig, man hat ja wirklich schon ein paar Gute gehabt, also, schreibt gerne weiter, du musst nicht, Isabel, wenn du nicht willst, natürlich, ich zwinge niemanden, aber, äh, wenn du wirst, ich finde es sehr lustig, schreibt dumme Spitznamen, ich habe gerade deinen Solo-Podcast vom 18. Januar gehört, und musste nach einem eher stressigen Arbeitstag so richtig lachen, über deine Erkenntnis, dass du das Ballermann-Lied falsch interpretiert hast, vielen Dank dafür, ähm, wegen, ah, da steht es, Irrtümer wie Mama Lauda, richtig, da habe ich es irgendwie von Mama Lauda, Mama Lauda gehabt, dass das eigentlich Mach mal lauter heisst, auf Ballermann-Deutsch, und irgendjemand hat mir, glaube ich, auch noch auf Instagram geschrieben, dass sie das jetzt auch, Anfang gemerkt haben, also bin ich froh gewesen, ich bin in meiner unglaublichen Intelligenz, oder unglaublichen Dummheit, nicht allein, das hat mich auch an ein paar meiner Irrtümer erinnert, kennst du das Lied River von Tom Gregory, sorry, ähm, nein, also doch wahrscheinlich, aber, aber das ist so, das ist so sicher eins, wo, ich nie bewusst gelost habe, aber, ich lasse ganz kurz, wir dürfen es, ihr dürft es nicht hören, sonst werden wir geholt, ah ja, doch, kenn ich, das ist ein richtiger, das ist ein richtiger, Hit-Radio-Kracher, ähm, da habe ich die längste Zeit gemeint, und jeweils laut mitgesungen, call me beep, dabei heisst es in Wirklichkeit, cut so deep, rausgefunden habe ich es erst, als ich dieses Lied auf YouTube suchen wollte, und es nicht aufzufinden war, da musste ich warten, bis es wieder mal im Radio lief, damit ich es schasamen konnte, yeah, äh, call me beep, kann man es nennen, das ist, wie heisst es, ähm, Anneliese Braun Songs, oder Agathe Bauer Songs, Klassiker, das sind eben auch so Radio, das sind so Radiokracher, das weiss ich auch noch, wo ich bei Energy gesehen bin, da hat mir dann immer irgendwie, jemanden müssen anrufen und sagen, hey, ähm, du hast bedämmt, das rausgefunden, du hast es selber rausgefunden, Isabel, das ist schon mal sehr gut, was auch immer in bleibender Erinnerung ist, denke, das ist so ein Klassiker, Zugabe, wenn die Leute im Publikum das riefen, habe ich nie den Sinn dahinter verstanden, gedacht, das sei ein Fremdwort, wo man den Künstler bittet, noch einen draufzulegen, aber ihr seid ja, das ist ja eigentlich, da hast du gemeint, Zulage, draufzulegen, Zulage, 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 durch den rhythmischen Klang, Zugabe, ist es schon etwas verwirrend, erst als mein Schwager, die es ebenfalls erwähnte, dass er immer dachte, Zugabe, also Zug herunter, da habe ich geschalten, das war vor etwa 10 Jahren oder so, also war ich da auch schon 20, als ich den Irrtum bemerkte, okay, ich komme, ich weiss, was hast du denn verstanden, das check jetzt gerade nicht, Zugabe, gut, ich rede auch anders, gell, Zug, warte, ich probiere es mal so ein bisschen, Zürich, Zürichdeutsch, Zug, Zugabe, 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 hey du, mach mal den Zugabe, okay, okay, ich kann verstehen, dass man es falsch, dass man es falsch versteht, aber ich meine, Zulage gibt es ja immer, also nicht, nicht nur, nicht nur im musikalischen, ich kenne einen, der hat bis Anfang 20, der Pinsel, mit dem Pinsel, den man malen, der hat bis 20 irgendwas gesehen, sicher Anfang 20, hat er gemeint, okay, vielleicht nicht 20, vielleicht Ende Teenager, ist ja auch wurscht, auf jeden Fall hat er lange gemeint, man sagt Pimsel, wenn man es halt Kind so sagt, als Kind sagt man gerne Pimsel, und er hat dann so, hat er mir erzählt, das ist in einer Schulstunde, also muss er noch Teenager gewesen sein, außer er hat halt irgendeine Fachhochschule, I don't know, irgendwann, er ist in einer Klasse, und er hat so einen in der Hand, und redet vom Pimsel, und der Lehrer so, wie sagst du das? Bildner ist das Gestalter, oder wie es auch immer geheißen, also der Pimsel, und alle verrecken verlachen, und er hat so, nein, das ist der Pinsel, und er hat es nicht geglaubt, natürlich, weil er hat irgendwie schon, ich weiss nicht wie viele, wie viele Jahre, ist er mit dem durchs Leben gekommen, das war wie wenn jetzt, der jemand zu mir würde kommen, und sagen, Alter, warum seist du Helikopter, es ist Heliokopeter, das ist etwas gleiche, auf jeden Fall, sorry, zurück zum Mail von Isabel, also war ich da auch schon 20, als ich den Irrtum bemerkte, an alle Mutzis, habt ihr auch solche Beispiele, von Irrtümern, die ihr erst viel später entdeckt habt, liebe Grüße Isabel, danke, dass du das fragst, so wird der Pinsel und Pimsel, das finde ich sehr, sehr guter Input Isabel, äh, alle Mutzis, dass ich heute auch mal von den Mutzis geredet habe, äh, was, was, was auch immer die ihr so falsch verstanden habt, wie eben jetzt irgendwie Zugabe, oder, äh, Pinsel, Pimsel, und so, schreibt mir die, das würde mich sehr freuen, weil, ähm, ich überlege auch noch ein bisschen, ich, ich weiss auch, dass ich baffe den, ich habe, oh, das ist gerade übermorgen, in der, in der, in der, neuer Folge, ähm, mit dem, mit dem, Achtung, mit dem, Cyan, ähm, dort haben wir es von den Wörtern, also ich habe es von den Wörtern, in, was ist es jetzt, intrinsisch und extrinsisch, oder extrinsisch, intrinsisch, so, so Fremdwörter, wo man nicht weiss, wie man sie genau braucht, verwandet, was auch immer, ähm, nach, nach, die, mail, interview, mein erster Podcast, äh, du lese jetzt gleich schnell ein bisschen vor, bevor ich alles vorlese, okay, aha, 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 das ist effektive Interview, Afro, yeah, das lese ich nicht vor, ähm, Video beantwortet natürlich, ähm, und das hat wahrscheinlich auf die andere Mailadresse müssen, so, da merkt ihr, dass ich wirklich das Zeug nicht vorlese, ähm, darum schreibt mir, podcast at joelvonmutzendbecher.ch podcast at joelvonmutzendbecher.ch mit, äh, entweder eine Frage oder Bemerkung, oder natürlich eure, äh, Irrtümer, ja, äh, Fall, Fall, Verhörer, wie man es eben will nennen, so, das ist es jetzt wirklich gewesen, boah, okay, ich glaube, ich mache das in Zukunft öfters so, so mehr am Morgen, wo eben nicht schon, der, der Tag voll ist mit, weiss nicht wie viele Gedanken, und, ähm, falls jemand bis hierhin gelöst hat, die sind, die sind die allergeilsten, die sind die allergeilsten Mutzis, ähm, und alle anderen, die haben ja nicht bis hierhin gelöst, die können mich wohl, danke vielmals fürs Zuhören, und bis ganz bald, übermorgen neue Folge mit Gast, und zwar mit dem Cian, der hat dann auch übrigens Album Release, sehr, sehr geiles Sieg, ich wünsche euch alles Liebe, ähm, und, seht ihr näher zueinander, und, ich hoffe, wir sehen uns bei einer Show, Peace! Beierellt wie mir? Beierellt wie mir? Untertitelung des ZDF, 2020